Betrachten wir nun den Absatz 2 des Paragrafen 122. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte, aber kennen musste. Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, deutet darauf hin, dass die Schadensersatzpflicht ausgeschlossen sein kann. Dies ist notwendig, denn der Schadensersatz nach einer Anfechtung oder aufgrund von Nichtigkeit tritt ohne Verschulden ein. Wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte, aber kennen musste, deutet darauf hin, dass nur derjenige schützt wird, wer auf die Gültigkeit der Erklärung vertraut hat und auch darauf vertrauen durfte. Die Schadensersatzpflicht Die Schadensersatzpflicht Die Schadensersatzpflicht